Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, französisch Communion Delisis Protestantes on Europe, ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die fast alle lutherischen, reformierten und methodistischen Kirchen Europas einschließt. Die Mitgliedskirchen haben sich 1973 in Leuenberg bei Basel mit der Leuenberger Concordi zu gegenseitiger Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft verpflichtet. Der Name der Kirchengemeinschaft lautete daher zunächst Leuenberger Kirchengemeinschaft. Auf ihrer Tagung Ende Oktober, Anfang November 2003 änderte die Gemeinschaft ihren Namen entsprechend ab. Leuenberger Concordi Die Concordi reformatorischer Kirchen in Europa, kurz Leuenberger Concordi, ist das Gründungsdokument der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, früher Leuenberger Kirchengemeinschaft. Sie entstand nach zwischenkirchlichen Lehrgesprächen 1973 im Schweizer Tagungshaus Leuenberg in Hülstein bei Basel. Sie beendete die Kirchenspaltung zwischen den reformierten und den lutherischen Kirchen und stellte Kirchengemeinschaft unter den evangelischen, Kirchen lutherischer und reformierter Prägung in Europa her. In der Leuenberger Concordi fanden die beteiligten lutherischen, reformierten, unierten und vorreformatorischen Kirchen zu einer grundsätzlich gemeinsamen Auffassung von Taufe, Abendmahl und Evangelium und erklärten die gegenseitigen Verwerfungen der Reformation als heute nicht mehr zutreffend. Sie erkennen die Ordinationen gegenseitig an, erklären Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft und verpflichten sich zur Verwirklichung der Kirchengemeinschaft in Zeugnis und Dienst. Die Methodistischen Kirchen Europas traten 1997 auf der Grundlage einer gemeinsamen Erklärung zur Kirchengemeinschaft bei Weitere Zusammenarbeit In fortlaufenden Lehrgesprächen werden theologische und Glaubensfragen behandelt und reformatorische Positionen zu geistlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen formuliert. Die Ergebnisse dieser Lehrgespräche werden in der Buchreihe Leuenberger Texte veröffentlicht und können von der Homepage der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa heruntergeladen werden. Ebenso pflegt die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa ökumenische Kontakte zum ökumenischen Rat der Kirchen, zur Konferenz Europäischer Kirchen, zum Lutherischen Weltbund, zur Weltgemeinschaft reformierter Kirchen, zur anglikanischen Kirchengemeinschaft und zur Europäischen Baptistischen Föderation. Seit 2001 versucht die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, die Positionen ihrer Mitgliedskirchen zu gesellschaftspolitischen Fragen zu bündeln und in den Dialog mit den europäischen Institutionen einzubringen. Diese Arbeit geschieht in enger Kooperation mit der Konferenz Europäischer Kirchen. Sitz der GEKE ist seit 2007 Dekasekunden Kirchenamt der Evangelischen Kirche AB. In Österreich in Wien, geschäftsführender Präsident war bis zu seinem Tod im Januar 2015 der ehemalige Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig Friedrich Weber. Zu seinem Nachfolger wurde Gottfried Wilhelm Locher, der Ratspräsident der Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, gewählt. Generalsekretär ist der Lutherische Bischof der Evangelischen Kirche AB. In Österreich Michael Bümker, die GEKE gibt neben der Buchreihe Leuenberger Texte dreimal im Jahr als Mitgliederzeitschrift den GEKE-Fokus heraus. Nicht beigetretene Kirchen Die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche ist der Konkordi reformatorischer Kirchen in Europa nicht beigetreten, da in ihrer Wahrnehmung gerade die lutherische Lehre vom Heiligen Abendmahl aufgegeben wurde. Kritik kam auch von lutherischen Theologen innerhalb der Landeskirchen, so von den Dogmatikern Ernst Sommerlatt und Jörg Bauer. Auch die meisten evangelischen Freikirchen wie die Adventisten, Baptisten und die in der Reformationszeit entstandenen Mennoniten, die die Glaubenstaufe praktizieren, sind nicht beteiligt. Zwischen 2002 und 2004 fanden jedoch mehrere offizielle Konsultationen zwischen der Europäischen Baptistischen Föderation und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa statt. 2010 wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Entsprechende Konsultationen mit Mennoniten oder Adventisten fanden nicht statt. Mitgliedskirchen Bis heute gehören 105 Kirchen aus praktisch allen Ländern Europas zur Gemeinschaft, darunter die deutschen Landeskirchen, die schweizer evangelisch reformierten Landeskirchen, die Vereinigte Protestantische Kirche von Belgien, die Protestantische Kirche in den Niederlanden, die Allianz Protestantischer Kirchen in Luxemburg, die Remonstrose Bröderschab, die reformierten und lutherischen Kirchen von Frankreich und Elsass-Lothringen, die evangelischen Kirchen in Rumänien, die tschechoslowakische hossitische Kirche, die evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, die Church of Scotland, die griechische evangelische Kirche, die presbyterianischen Kirchen in Irland und Wales, die Cisa Evangelica Valdes in Italien, die evangelisch-lutherische Kirche in Italien, die evangelisch-methodistische Kirche, die methodistischen Kirchen in Großbritannien und Irland, die norwegische Kirche, die dänische Volkskirche, die herrnhuter Brüdergemeine in Europa, die folgenden Kirchen beteiligen sich an der Arbeit der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, ohne die Leuenberger Konkordi unterzeichnet zu haben, die evangelisch-lutherische Kirche Finnlands, die schwedische Kirche, die isländische Staatskirche, Vollversammlungen, 1976, Sektioner, Zeugnis und Dienst reformatorischer Kirchen im Europa der Gegenwart, 1981, Drehbergen, Konkordi und Kirchengemeinschaft reformatorischer Kirchen im Europa der Gegenwart, 1987, Straßburg, Konkordi und Ökumene, 1994, Wien, wachsende Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst, reformatorische Kirchen in Europa, 2001, Belfast, versöhnte Verschiedenheit, der Auftrag der evangelischen Kirchen in Europa, 2006, Budapest, Gemeinschaft gestalten, evangelisches Profil in Europa, 2012, Florenz, frei für die Zukunft, evangelische Kirchen in Europa, 2018, Basel, Reformationsstätte Europas, anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation hat die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa die Initiative Reformationsstätte Europas, lassiert, Es ist ein Projekt, das das Zusammenspiel von Geschichte, Kunst, Kultur, Spiritualität und Tourismus fördert in den Städten Europas, die für die Geschichte der Reformation eine besondere Rolle spielten. Bislang haben sich 61 Städte in 13 Staaten dieser Initiative angeschlossen.